Das Pilobolus Dance Theatre präsentiert erstmals in Deutschland und Österreich. Shadowland Noch nie waren Körperlichkeit und Illusion so nah beieinander. Akrobatik und Poesie fügen sich hier zu einer neuen Dimension des Schattentheaters. Fantasiegebilde entstehen aus Körpern, Menschenknäuel verschmelzen zu Gegenständen und verbinden sich mit verblüffenden Effekten zu einem surrealen Traumerlebnis. Modern Dance und Schattentheater, eingebettet in eine berührende Geschichte eines Mädchens an der Schwelle zum Erwachsenwerden. Entworfen von Kinderbuchautor Stephen Banks und einem von David Poe eigens dafür komponierten Soundtrack. Shadowland ist kreative Energie. Das sind Bilder außerhalb des Schwerpunkts. Shadowland ist das, was menschlicher Vorstellungskraft das Äußerste abverlangt. Shadowland ist das, was menschlicher Vorstellungskraft das Äußerste bar. Das war die Geschichte eines Jämre. Das war die Geschichte eines Jämre. Ich bin auf der Zwischenzeit-Jämre verletz. Shadowland ist das, was menschlicher Vorstellungskraft das Äußerste ist. Ich bin auf der Zwischenzeit-Jämre von Anfangsjämre.